Moin und fröhliche Weihnachten! Ich zeige euch heute meine Weihnachtsgeschenke. Und zwar fange ich an mit den Weihnachtsgeschenken von meiner besten Freundin aus dem Stall. Die heißt Niki und Mischi. Und zwar haben sie mir als erstes so ein paar Kuschelsocken geschenkt. Einmal solche mit Panda und alles in Grau. Dann noch mit solchen, also in Pink, mit Häschen drauf. Und dann noch, ich hoffe man kann die ja kennen, solche goldenen mit ganz viel Glitzer und pinken Herzchen. Ja, dann fange ich an mit den Geschenken, wo ich Normalheit bekommen habe. Und zwar habe ich als erstes einen Halsring bekommen. Der ist in schwarz mit pink und grün. Und den kann man auch verstellen in verschiedenen Größen mit so einem Ring dran. Den kann man jetzt ziehen und dann ist das zum Beispiel jetzt so klein. Und dann kann man halt den immer größer machen. Halt die Breite, was man halt braucht. Dann habe ich noch ein, also Sporenriemen bekommen von Imperial Riding und ganz viel Glitzer. Ich hatte da auch nochmal Glitzer, richtig schön. Dann habe ich noch ganz viel Schokolade bekommen. Erstmal solche Goldtaler. Dann noch Nikoläuse. Einmal noch mit Smarties drin und einer ohne. Und ein Bärchen. Dann habe ich noch einen Riesenbär bekommen. Der ist so, so süß. Der ist fast so groß wie ich. Und der ist mega, mega süß. Dann habe ich noch eine Schabracke bekommen. Und zwar in Weiß von Equiline. Die hat hier so richtig schön goldenes, ja, so ein Ding halt. Und die ist mega schön in Dressur. Dann habe ich noch eine Bürste bekommen. Die ist so neongelb. Und das ist eine Staubbürste. Und die finde ich richtig, richtig schön. Dann habe ich einmal solche, ähm, ja, Sattel- und Trensenspray bekommen. Das ist die Reinigung. Das ist Step 1. Und Step 2 ist dann, ähm, das, wo man dann, also nicht reinigt, sondern nochmal drüber putzt, damit alles schön glänzt. Dann habe ich noch Meegummis bekommen von Bustel in Schwarz. Ein Hufauskratzer, der ist auch von Bustel. Der ist so blau. Und einmal noch, ähm, Reifstiefel von HKM. Die bringe ich eben einmal raus. Und zwar, hol ich erstmal einer raus. Und zwar sind das diese hier. Die sind in Größe 36. Und, ähm, es war richtig schwer, welche zu finden in meiner Wadengröße. Und jetzt habe ich aber welche. Und die sind ja richtig, richtig schön und passen auch mega gut. Und ich hoffe, dass euch jetzt mein Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Bye! Moin und frische Weihnachten. Ich wollte euch heute meine ganzen Weihnachtsgeschenke zeigen. Und zwar fange ich an mit den Weihnachtsgeschenken von meiner besten Freundin aus dem Stall. Die heißen Niki und Mischi. Und zwar haben die mir erstmal solche richtig kuscheligen Socken geschenkt. Da sind erstmal Pandas drauf. Und so grau. Und dann einmal so richtig glitzernde mit pinken Herzchen. Und dann gehen wir den Rest. Und dann ging es auf ... Ein Netflix. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! argumentation. Bis zum nächsten Mal.